Auf dem Weg zum einsamen Strand Wille navigiert und Paul fährt selber. Was denn, Paul fährt selber? Auf dieser Straße. Oh, 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 Paul. Aufpassen. Links abhängt. Hier rechts abhängt. Der kommt weg. Der kommt weg. So, wir sind angekommen. Ja, ich will gerade sprechen. Da ist eigentlich das Lokal. Das hat leider vor fünf Jahren schon geschlossen. Sehr schade, weil das war total lecker. Da hängen dann auch immer solche Riesen-Octobusse zum Trocknen. Aber jetzt lernt ihr erstmal die Paul-Raketen kennenlernen. Okay, Rakete. Das ist ein Kreisweg dagegen. Achtung. Das ist zwei. Wir haben Paul. Flugschein-Paul. Nice. Juhu. ! Juhu! Juhu! Wär debate. Ttes! Ttes!